Okay, I'll take the plates, you erase the security bridge. No, that wasn't the plan. Don't change things up. There, Slick. Now I call the shots. What the? What are you doing, Matt? Ha ha ha. Buse, guys. Du mieser Wichser. Hast du uns verraten? Matt. Mach die Tür auf. Warum dauert das so lange? Was haben wir daraus gelernt? Man soll geistig behindert und keine Tür aufmachen lassen. Wer hat eigentlich Matt gerade erschossen? Also ich mein, eben ist doch jemand erschossen worden. Wer war das? Was? Warum erschossen? Ja. Ja, aber am Anfang hat er jemanden erschossen. Äh, gehen. Wir sind doch zu viert. Ich will hier raus. Oh, guck mal. Ja, die gehören mir. Das sind meine Schlampe. So kleine Eichen. Na, eigentlich hab ich auch eine. Ha ha ha. Oh, ha ha. Ich hab keine geklaut. Du mieser Schlampendieb. Ich bin ein Dieb. Ein Schlampendieb. Boah, ich bin Level 12. Level 12. Boah, Alter. Mann. Ich bin gleich 11. Hier. Hier. Chief Wickham. Der ging mir voll auf die Nüsse. Naja. So ein Nüsse. Chief Wickham. Oh, da ist noch eine heiße Braut. Die hat Zöpfe. Du weißt ja. Ne, nur ein Pferdeschwanz. Aber ein komischer. Hey, da vorne liegt da. Oh, da ist auch noch mal eine. Mann, jemand hat ihn erschossen. Und zwar von hinten. Von hinten. Er wurde erschossen. Das war wirklich gut. Hey, da ist noch Geld drin. Guck mal. Doll. Hey. Okay. Cool. Da hat jemand wohl, äh, ja. Was vergessen. Ein bisschen Geld verloren. Boah, da ist ein Tedeser. Ja, dann töte den Tedeser. Ja, ich werde von einen Seiten abknackt. Aber egal. Töte den Tedeser. Ja, der ist schon lang. Wow. Warum wollen die Geisten hier eigentlich immer genau in die Schussbahn laufen? Ja, das verstehe ich auch nicht. Die wollen halt wohl sterben. Die Geiseln wollen hier wirklich zwangsläufig sterben. Die betteln regelrecht herum. Der eine hier, der knieft sich vor mich und sagt, bitte, bitte, erschieß mich. Ich glaube meine Kugeln hier, die sind eh nur geeignet für schwangere Frauen, Kinder und Rentner. Alles andere treffen die nicht. So lange die Schwaben nicht dabei sind. Äh, und Schwaben. Ja. Ich konnte das nur vergessen. Nein, nix. Oh, Wahnsinn. Was machst du? Boah, das gibt's doch nicht. Ey, warum war der James hier schnell neu? Ja, weil James eben der Heiler ist. Das war mein Cheater, Mann. Der heilt einfach jeden. Hinter dir rennt ein Schild rum, haben wir egal, gell? Echt? Hinter mir ist ein Schild? Ja. Irgendwie der Warmer entsteht. Stirb! Ey, ich hab ne Pumpe. Warum hab ich jetzt plötzlich ne Pumpe? Ja, weil du Level vielleicht ab bist. Oh, ich hab schon wieder ne Geisel abschossen. Boah, jetzt kommt rein! Bäm! Bäm! Wir sind eh... Ey, die geht voll ab, Mann. Voll die... Super-Bank-Räuber. Bäm! Stirb! Ich hatte aber wenig Schuss, ey, nur 4. Echt, Mann, das ist 27. Nein, also im Magazin 4. Naja, ist halt so ne Polizei-Sportblende, weißt du, so einer, wo das Magazin nirgends an der Seite ist. Oh nein, der schiebt das aber unten rein. Echt? Jetzt hab ich's mal rausgeholt, ja. Ja. Ja klar, schieb... Ah, der schiebt's natürlich unten rein, aber ich dachte, das wär so einer, wo die Patronen an der Seite sind. Der ist so pervers. Der schiebt's. Der schiebt schön hinten rein in den Lauf. Nein, das ist kein Patron. Ja, okay, ist keine Polizeipumpe. Da, 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 da. Da, 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 da. Ha. Ha. Ha, ha, ha. Komm, Stummangriff. Ich hab' ganz vorne. Ich hab' irgendwie gerade wieder einen Haufen... ...Leute erschossen. Ha, ha, ha. Was kannst du? Boah, hier, 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 komm hierher. Ah, okay. Wir brauchen Benzin. Was ist da passiert? Wir brauchen Benzin oder sowas. Wo ist Benzin? Ja, keine Ahnung. Runter mit dir, du Pisser. Ja, Benzin, Benzin, Benzin. Ja, keine Ahnung, hast du was? Ah, da hinten, da hinten, oder? Ist es da hinten nicht Benzin? Ah, du brauchst Benzin. Ja, siehst du, da hat doch hier mal ein Kanister vergessen. Rein zufällig. Rein zufällig habe ich hier einen Benzinkanister liegen lassen. Boah, die kommen von hinten, die seilen sich ab. Da hinten hat sich was Schwarzes abgeseilt. Ja, bei dir hat sich was Schwarzes abgeseilt. Die Größe von einem anderen Salzwälder kommen deinen Weg. ETA, 30 Sekunden. Boah, hier sind Bauarbeiter. Ich könnte Bauarbeiter als Geiseln nehmen. Oh. Hey, da schießt er einen durch die Wand. Hey, ja, aber wie übel. Fast umgebracht. Hey, da ist jemand... Ist da jemand drin in dem... Ding? Ja. Ich kacke mal hier eine Sporttasche hin. Naja, eigentlich habe ich die ja nicht in meinem Anus, so wie du. Ey, ich kann ihn gar nicht killen, Mann. Wieso? Oh. Ey, das ist doch noch einer. So springen und dann schießen. Ist er nicht tot? Nee, der lebt noch. Guck mal, wir brauchen ja noch mehr. Noch mehr Benzin. Noch mehr Benzin. Joa, wow. Hallo, da ist kleiner. Nee, jetzt nicht mehr. Wow, wow, wow. Oh, da. Warum gibt es hier so viele Benzin in der Nachbarschaft? Joa, keine Ahnung. Oha, fuck. Was, wo geht's auf? Ich brauche ein Pflaster. Was für ein Pflaster, Mann. Kann die aufs Maul gehen. Mann, woher ballern die denn die Basis? Guck mal, hier hinten in der Ecke sind sie. Ja, hier. Sag mal, ist der da drinnen mal endlich ausgeräuchert? Boah, auch noch. Der wird langsam knuschprig. Ja, ich nehme einmal Bankräuber gut durch. So, ich brauche erstmal ein bisschen Munition. Nicht verkackte Munition. So, und jetzt? Noch mal. Haben wir den Kriegen? Nein. Brauchen wir nochmal so'n Karten. Was, noch eins? Ja, guck mal, das liegt jetzt plötzlich da hinten einer. Guck mal, in der Nachbarschaft hier, da lassen die Leute wirklich überall ihr Benzin rumliegen. Ja, das ist wohl eine Reichenmacht, was schafft ihr. Hallo? Hallo? Herr zu Aua! Ich musste diesen Bauarbeiter töten. Oh, das fände ich doch. Oh, Kiesmann. Ich hatte keine andere Wahl, er hat mich provoziert. Mhm. Er hat mich provoziert mit seiner orangefarbenen Bauarbeiter-Kluch. Guck mal, da hinten, da hockt einer. Guck mal, wie der stöhnt. Oh, jetzt hat er sich hingelegt. An seiner Stelle wäre ich schon längst rausgekommen. Ja, hat ein Mörderschiss, der Typ. So wie du halt immer, voll der Schitzer. Sag mal, kommen hier eigentlich noch Gegner? Irgendwie nicht. Nö, egal. Nö. Alle gekillt. Es gibt keine Polizei mehr. Wir haben hier wirklich jetzt alles ausgerottet, was es gibt so an Polizisten. Ja, ist der jetzt mal endlich... Guck mal hier, die Leiche, die müsste doch auch... Oh, da lebt der noch. Oh, der hat noch gelebt. Der lag im Feuer. Der hat mich provoziert, ja? Hey, der ist doch jetzt, ich glaube, tot, oder? Keine Ahnung, mach mal auf. Der redet ja, oder der stöhnt gar nicht mehr. Ah, der könnte tot sein. Oh, der Heide hat sich wieder in Schwarz abgeseilt.